Wir machen einen Sprung in die jüngere Vergangenheit und befinden uns im Epizentrum von Innovation und Technologie, dem Silicon Valley. Eine junge Unternehmerin namens Elisabeth Holmes will die Welt der Medizin revolutionieren. Die Firma Terranos, zusammengesetzt aus Therapie und Diagnose, machte ein großartiges Versprechen. Mit nur einem Tröpfchen Blut will sie hunderte von Tests durchführen. Doch was zunächst als medizinische Innovation gepriesen wurde, entpuppte sich als bittere Enttäuschung. Und das sehen wir uns nach dem Intro an. Wir beginnen im Jahr 2003, als Elisabeth ihr Unternehmen gründete. Sie wollte Bluttests effizienter gestalten und für alle zugänglich machen. Das gesamte Gesundheitswesen würde so revolutioniert werden. Stell dir vor, jeder kann in eine Apotheke gehen, sich nur einen Tropfen Blut abnehmen lassen und bekommt innerhalb weniger Minuten hunderte Testergebnisse. Das alles soll durch das neue innovative Blutanalysegerät namens Edison gelingen. Holmes war das Gesicht des Unternehmens und wurde für ihre Vision und ihre Ambitionen gelobt. Ihr Auftreten, der schwarze Rollkragenpullover und die tiefe Stimme, erinnerte an berühmte Vorbilder wie Steve Jobs. Sie führte Terranos auf dem Höhepunkt zu einer Bewertung von 9 Milliarden Dollar. Investiert hat unter anderem der renommierte Risikokapitalgeber Tim Drepper, welcher früher schon in Skype, Tesla oder Hotmail investiert hatte. Weiters der Medienmogul Rupert Murdoch, Betsy DeVos, die ehemalige US-Bildungsministerin aus wohlhabender Familie sowie Larry Ellison, ein Mitbegründer und CEO von Oracle. Elisabeth Holmes war damit die jüngste Self-Med-Milliarderin. Allerdings begannen Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Terranos und den Behauptungen des Unternehmens aufzukommen. Simpeltests auf dem Edison-Gerät funktionierten einfach nicht oder führten falsche Ergebnisse. Stell dir vor, dir wird plötzlich Krebs diagnostiziert, nur um bei der Untersuchung beim Arzt zu erfahren, dass das nur ein falsches Testergebnis war. Noch schlimmer. Stell dir vor, du bekommst ein falsches negatives Testergebnis und der Krebs breitet sich in aller Seelenruhe aus, ohne dass du eine Behandlung anfängst. Du fragst dich, wieso etwas jahrelang unbemerkt blieb? Die Unternehmerin behalf sich einfach mit ein paar Notlügen und Vertuschungen. Sie wertete Tests heimlich auf herkömmlichen und funktionierenden Geräten aus. Die Aufsichtsbehörde trickste sie mit einem gefälschten Test aus. Das Charisma der jungen Damen trug ebenfalls erheblich dazu bei, dass der Betrug niemandem auffiel. Positiven Einfluss hatten wohl auch die sehr strengen Geheimhaltungsverträge der Mitarbeiter, denen angeblich sogar untersagt war, überhaupt über ihre Arbeit zu sprechen. Für einen Besuch vom damaligen amerikaischen Vizepräsidenten Joe Biden in 2015 ließ Holmes ein falsches Labor errichten, um darüber hinwegzutäuschen, dass im Unternehmen nicht mit den eigenen Analysegeräten gearbeitet wird. Das Blatt begann sich erst 2015 zu wenden. Durch Medienberichte und Wistleblower wurden die Tests, ihre Genauigkeit und die Fähigkeiten des Edison-Gerätes infrage gestellt. Es begannen erste Untersuchungen und die Situation eskalierte schnell. Die Terranus-Technologie entsprach nicht den Anforderungen, der Betrug flog auf. 2018 wurde Elisabeth von der Börsenaufsichtsbehörde wegen Betrugs angeklagt. 2021 begann ihr Prozess, 2022 wurde sie zu elf Jahren Haft verurteilt. Sie ging zwar in Berufung, aber am 30. Mai 2023 trat sie ihre Strafe an. Die Geschichte von Terranus und Elisabeth Holmes steht als ein trauriges Beispiel für den Aufstieg und Fall eines Unternehmens sowie als Warnung vor den Gefahren von übermäßigem Vertrauen in Technologie, die nicht ausreichend getestet oder validiert wurde. Ich vertraue jetzt darauf, dass mir noch ein Like und gerne auch ein kostenloses Abo mit Glocke da lässt, sage Danke fürs Zusehen und Servus bis zum nächsten Video.